hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer folge harry potter lego harry potter für die switch und wir befinden uns im vierten jahr und sind angenommen worden beim trimagischen turnier gucken wir hier machen wollen okay er zauberte auch irgendwas das geholfen okay geht die tür um na gut ja also wie gesagt trimagisches turnier das ist und hier ist ja harry mit uns unterwegs und will mit uns natürlich gerne und will uns natürlich gerne zeigen was die erste prüfung ist nämlich die drachen ok hier brauchen wir unsichtbarkeitstrank wo wir haben ja einen umhang vielleicht reicht er wir können auch mal ganz kurz den hund hier buddeln lassen nach unten rum gehen ok kann konnte weg machen können wir hier auch mal daran ziehen da kommen wir jetzt durch kann herr also hier ein hack mit durch wir natürlich auch aber dann ist natürlich umhang verlieben dann haben wir auch den harry er hat gut ich klettern nicht nicht gut funktioniert Und jetzt? Lobos! Guck mal, das können die da unten auch längs, beziehungsweise wir können auch längs. Ah, so, okay. Spitze! Komm mir hier durch. Mackwee geht unten rum. Kommt unten durch. Perfekt. Komm, Köder. Wo bist du? Kommt da nicht rein doch. Burdel mal. Was ist das für eine Kette da? Dann hätte ich das mal anfangen. Ja, look. Okay, das ist ein anderer Drache. Da muss ja irgendwas passieren. Machen wir mal. Hm. Irgendwas müssen wir hier passieren. Was soll ich hier machen? Der hebt das hoch. Und Harry? Okay. Ah, jetzt geht's hier weiter. Gut. Mhm. 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 Na, ist doch ein Date, der cool Herrgerät. Sehr cooler. Sehr cooler. Schelm. Mhm. so wie man direkt weiter was jetzt passiert müssen das labyrinth durchforsten und ja ist das letzte ist die letzte klasse dann haben wir klasse 1 bis 4 den ersten teil von lego harry potter switch geschafft ob ich denn wirklich nach klasse 5 bis 8 machen also 5 bis 8 weiß ich nicht das muss ich noch mal überlegen bin mir da gerade noch nicht sicher weil das spiel echt zwischendurch abstürzt nämlich super ärger und dann ab und zu mal neue auch neue folgen machen muss das schockt nicht das wäre schon cool jetzt anders wäre aber naja jetzt so brauche zeit umkehrfähigkeit können diesmal so das kann also nur der gute gandalf quatsch gandalf okay vor fallen gerettet okay du hast einen roten stein freigeschalt gehe zu den kaufhaus in der winter ist auch einen bonus zu kaufen okay machen wir jetzt aber nicht so 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 da sinkt immer dann das gerät hier cool na gut müssen weiter und darunter und was jetzt kommt unterricht noch was lernen nein geht raus ja auch okay Klar, ist ein Weg So Okay Beteiligung gegen die dunkle Küste Okay Okay, da sind noch ein paar mehr Sollen wir die einmal einsammeln Ah, okay, wir sollen die Leute befreien, okay Hä? Äh? Ja Okay Also ganz frei von Bugs ist das Spiel natürlich auch nicht, das kriegt man selber mit Reducto Freigeschaltet So, was unser letzter Zauberling gelernt haben, hier würde ich behaupten Goldene Steine Jetzt Reducto Sehr gut, wir gehen gleich weiter in die Geschichte Doch Denn die Geschichte ist ja das, was uns interessiert Hier durch Das lustige ist jetzt mal, wenn man jeden Zauberer mal irgendwie für irgendwas anwenden muss, Was nicht echt cool ist Wie Von darunter Aber diese Laufwege sind doch ein bisschen blöde Irgendwie Bin ich zumindest Hier raus zu Hagrid bestimmt Ach man Ja Hab ich mir schon gedacht Das ist ein bisschen langweilig Gehe ich auch nicht ganz so drauf, aber Da spielt wir am Anfang echt Vielleicht merkt man das auch, da spielt wir am Anfang wirklich Spaß gemacht Aber leider wiederholt sich alles Die Geschichte ist immer noch witzig Gemacht und so Aber es wiederholt sich alles immer so ein bisschen Hier ein bisschen Da ein bisschen Das macht nicht ganz so viel Spaß Aber naja So sieht jetzt Oh, jetzt gehts hier gegen den Drachen Keine Ahnung, was er noch machen kann, aber wir gehen auf diesen Okay, guck mal was wir machen, wir haben einen Zeiss damit ok Irgendwann oben Was müssen wir wahrscheinlich mit diesen Kistener machen Was genau weiß ich also nicht Ah jetzt Ah ok jetzt gehts hier weiter Oh clever Ok Ok warte mal Ok Was denn ich schweb jetzt Was kann ich hier oben machen Ok das wird dann Da kann ich wieder springen Machen wir hier mal Weil es kommt mir nicht so Hä Weiß ich nicht was wir genau machen müssen Aber Irgendwo müssen wir mal einen Topf bauen So wir sehen da ok Dann können wir uns die Sachen jetzt auch holen Kann Harry sein Kram da reinwerfen So Dann haben wir einen Trank gleich Den wir trinken können Oh nein Was war denn Noch bin ich stark Genau Oh was mach ich denn da Vor allem Harry kurz Trinkt du noch mal was Das war ja blöd Dafür zieh es hier Dass wir ja da hinten Das Ding da ziehen müssen Geh nochmal hin Da ist es da oben aufgegangen Oder kaputt gegangen Da müssen wir hoch Oh nein Dumm Ach man Das war so blöd Man kommt da so leicht In dieses heiße rein So Nein Das war doch garantiert da drauf Ok Und Oder es muss hier rauf Mal gucken Warte mal Ok Jetzt hier der Sprung Boah Guck dir das an Jetzt hier der Sprung Und noch einer Das ist echt Also ich springe hier Es ist wirklich nervig Ich springe noch kurz hoch hier Das Ding So Hermines Katze Oh man Die fallen auch an Dauerhand runter Egal was man macht So Hermines Katze Kann hier noch was buddeln Gut Ok Da ist er beim blauen Helm Wo ist wahrscheinlich blau hin Alle Teile hier Nein Wurde zu stehen Nein Warum Das hat man jetzt Nervt Klar Gut Den haben wir da Und den roten müssen wir da hinpacken Das ist ein golden Ei Sehr gut Und der Drache ist auch frei Gehen wir da oben zur Drache Ok Soll ich mich schon weglaufen Alter Schwede Da sehe ich gar nicht wo ich hinlaufen muss Oh Super Mit Ok Kommt hier rein Da müssen wir ein bisschen scherlaufen Oh Und ich fall runter Ich deb Noch echt immer ganz so spät hier Komm weiter laufen Hermine komm Eieiei Der wild gewordene Drache ist er uns her Was will er Ah ok Sehr gut Ja Haben wir schon mal geschafft Jetzt mit dem Drachen die Mission Gucken wir mal wie die nächste Mission geht Aber das machen wir beim nächsten Mal Viel Spaß Viel Spaß Bis zum nächsten Mal Und ja Es ist einfach zu spät Für heute für eine Folge gewesen Bis dann Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal